10% runter, 10% hoch und jetzt brennt die Hütte wieder. Das ist der S&P 500 seit Mitte Juli. Ein sehr wilder, volatiler Ritt und die Stimmung hat in den letzten Tagen wieder erheblich gedreht. Vor allen Dingen wegen neuer Wachstumsbedenken. Das scheint jedenfalls der Hauptgrund zu sein für die Kursverluste. Wir hatten gestern den ISM Einkaufsmanagerindex der Industrie in den Vereinigten Staaten für den August. Unter den Erwartungen des Marktes. Die Auftragseingänge haben verfehlt und die Lagerbestände sind gestiegen. Zyklische Aktien, Halbleiterwerte gelten übrigens als besonders zyklisch unter den größten Verlierern der Wall Street. Und wir haben über Nacht erneut Daten aus China. Der Kai Ching ISM Einkaufsmanagerindex der Dienstleister, so jetzt habe ich es richtig formuliert, auch hier leicht unter den Erwartungen, auch wenn weiterhin Wachstum signalisiert wird. Also nochmal, Punkt 1, wir haben mal wieder das Pendel, das jetzt von, ach, es ist alles Goldlöckchen, die Wirtschaft wächst und die Inflation kühlt ab, die FED senkt Zinsen, die Ergebnisse performen. Wunderbar, schwingt es jetzt wieder zurück in Richtung, ah, aber was ist, wenn die Wirtschaft stärker abkühlt? Wir haben ja den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Darauf warten sehr viele Marktteilnehmer, fallen jetzt die Arbeitsmarktdaten besonders schwach aus. Das wäre vor allen Dingen für den Aktienmarkt das größte Risiko. Dann kriegen wir zwar eine 50 Basispunkte Zinssenkung, aber dann flammen Wachstumsbedenken erneut auf. Wenn die Arbeitsmarktdaten im Rahmen oder besser ausfallen sollten, werden also mehr Jobs geschaffen als erwartet, müsste das die Wall Street eher begrüßen. Dann kriegen wir zwar nur eine Senkung um 25 Basispunkte in den USA, aber das Wachstum, die Wachstumssorgen würden wieder ein bisschen nachlassen. Und ich muss sagen, Geist, Hand aufs Herz. Statt jetzt jeden Tag die Sau aufs Neue durchs Dorf zu treiben. Wir haben in den letzten zwei Monaten, ich meine, wie oft hat sich die Fahne im Wind gedreht? Oh, die Wirtschaft kühlt stärker ab als erwartet. Ach nee, ist doch Goldlöckchenszenario. Ach, um Gottes Willen, die Wirtschaft kühlt doch stärker ab. Wir haben sehr wenig Transparenz aktuell und pendeln also mit jedem Wirtschaftsindikator hin oder her. Ja, eigentlich ist der ISM Einkaufsmanagerindex der Industrie kein wirklich so wichtiger Indikator für die USA. Wenn wir jetzt am Donnerstag auf einmal den ISM der Dienstleister kriegen und der ist besser als erwartet und ein Arbeitsmarktbericht, der immer noch so im Rahmen performt, dann kann sich das Blatt sehr schnell wieder Richtung Wachstum zurückdrehen. So, aber das ist nicht der einzige Belastungsfaktor an der Wall Street. Wir haben aktuell sehr dünne Liquidität. Hier eine Grafik von Goldman Sachs. Hier sehen wir mal die E-Mini-Futures auf den Nasdaq 100. Wir haben hier die Liquidität fast auf einem Jahrestief. Das heißt also, Kursreaktionen, Käufe, Verkäufe sorgen dementsprechend für erhöhte Volatilität und Ausschläge. Der Wichs ist gestern, der die Schwankungsbreite an der Wall Street misst, um 35 Prozent gestiegen. Und die nächste Komponente, wir haben nun mal die saisonalen Trends. Hier sehen wir es nochmal. Präsidentschaftswahljahre von September bis in die Wahlen hineingehend. An der Wall Street oftmals eher Abgabedruck. Und das hört man eben jetzt überall. Selbst Tom Lee, Daueroptimist Tom Lee von Funstrad sagt, 9 bis 10 Prozent Korrektur bis Ende Oktober. So, die Aktien von Nvidia haben Geschichte geschrieben. Gestern hatten wir den größten Kurseinbruch gemessen am Börsenwerten der Geschichte der Wall Street. Es sind 279 Milliarden Dollar an Börsenwerten Flammen aufgegangen. Das gab es an der Wall Street an einem einzigen Handelstag bei nur einem Unternehmen noch nie das letzte Mal. Haben wir das bei Meta-Plattforms gesehen im Februar 2022. Da ging dann 230 Milliarden Dollar in Börsenwert in Flammen auf. Technisch gesehen sind die Aktien von Nvidia jetzt in einem Bärenmarkt. Wir haben also vom Hoch im Juni ausgehend etwa 23 Prozent an Marktwert verloren. Die 50-Tage- und die 100-Tage-Linie, beides durchbrochen. Und wenn die 200-Tage-Linie getestet werden sollte, könnte die Aktie durchaus bis auf 88 Dollar sinken. Tja, seit Bekanntgabe der Ergebnisse, die euphorischen Erwartungen konnten nicht eingehalten werden, sehen wir hier Abgabedruck. Und die Stimmung im AI-Sektor ist weiterhin eher verhangen. Wir haben die Meldung, dass bei Nvidia das Justizministerium der USA nun noch genauer hinschaut. Es ging eine Subpina ein, eine Vorladung. Da geht es um den Vorwurf unlauteren Wettbewerbs. Hat Nvidia den Kunden den Zugang zu anderen Technologien erschwert? Also die Abhängigkeit von Nvidia erhöht. Die Meldung kam gestern Abend. Dann haben wir bei Qualcomm die Meldung im Wall Street Journal, dass die neuen AI-optimierten Windows-PCs, die mit dem Qualcomm-Chip betrieben werden, dass bestimmte populäre Videospiele hier nicht funktionieren würden. Wir haben abgesehen davon zu ESML negative Analystenkommentare, die UBS stuft den Wert auf Halten ab und sagt, Investoren werden sich zunehmend auf die Jahre 26 und 27 fokussieren. Und in Verbindung damit dürften die Erwartungen an der Wall Street durchschnittlichen Schätzungen eher sinken. Supermicro seit Tagen verdroschen. Gestern ein bisschen stabiler. Barclays jetzt erst. Also man hat ja ein bisschen lange gewartet eigentlich. Jetzt wird der Wert abgestuft von Overweight auf Neutral. Really? Aber die Aktie ist ja schon wahnsinnig eingebrochen. Jetzt fällt den Analysten ein, also wir müssten jetzt dann auch mal revidieren. Das Kurzziel sinkt von 693 auf nur noch 438 Dollar. Vor allen Dingen auch die schlechten Bruttomargen werden hervorgehoben. Und eben das fundamentale Risiko, was das Restatement des Jahresberichts betrifft. Gestern hatte das Management von Supermicro die Kunden darauf hingewiesen, dass die Vorwürfe von dem Short-Seller Hindenburg Researcher keine neuen Details beinhaltet haben. So, Wells Fargo empfiehlt Microsoft zum Kauf. Übergewicht mit Kursziel 515 Dollar. Die Aktien von Apple werden ebenfalls erwähnt von der UBS. Das Kursziel wird zwar angehoben auf 236, aber man bleibt bei neutral. Schon ganz interessant, wenn man bedenkt, dass Apple ja nun Anfang nächster Woche am 9. die neuen iPhones vorstellt. Normalerweise geht es im Vorfeld dieses Ereignisses bei der Aktie bergauf. Aber nicht in diesem Fall. Wir haben ja noch ein paar Handelstage. Vielleicht sehen wir doch noch eine Gegenbewegung. Ansonsten kriegen wir eine Welle an Zinssenkungen. Kanada, Chile. Wir haben die EZB am 12. September heute wieder Stimmen aus dem Hause der EZB. Die sagen Punkt 1, wir müssen aufpassen, die Geldpolitik, dass sie nicht zu restriktiv wird. Und Punkt 2, dass eine Zinssenkung im September angebracht sei. Zwei Stimmen aus dem Hause der EZB. Und hier in den USA, die Federal Reserve wird senken. Das steht fest. Die Frage ist eben nur 25 oder 50 Basispunkte. Hier scheinen sich übrigens auch die Geister. Einige sagen, wenn 50 Basispunkte, Signal, die Notenbank sieht was, was wir nicht sehen. Man kann aber natürlich auch argumentieren, die haben erkannt, dass sie schnell senken müssen. Und je schneller sie senken, umso hilfreicher ist es zu guter Letzt. Ich bin mal gespannt, weil die Fed in einer interessanten Situation ist. Wir hatten nämlich zum Beispiel gestern bei dem ISM der Industrie alles unter den Erwartungen. Bis auf die Preiskomponente. Die lag über den Erwartungen. Und Goldman hatte erst vor gut eineinhalb Wochen gemahnt. Wir sehen Zeichen, dass die Preisdynamik schon wieder zunimmt. Also, eventuell gar keine so leichte Situation für die Federal Reserve. Federal Reserve oder Fed abgekürzt. Also, ganz kurz noch zu den Ergebnissen. Erstmal keine wirklichen Heavyweights, die gestern Abend gemeldet haben. Aber die meisten Ergebnisse sind seit gestern vor allen Dingen bei den Aussichten schwach. Dollar Tree, und das sollte eigentlich niemanden überraschen, nach den schwachen Zahlen von Dollar General, sehr schwache Zahlen, Ertrag pro Aktie verfehlt. Aussichten werden reduziert für das Gesamtjahr. Also hier auch enttäuschende Zahlen. Z-Scaler bei den Aussichten für das Fiskaljahr 2025. Der Ertrag deutlich unter den Erwartungen wegen eines höheren Steuersatzes. Das hätte man noch vergeben, Steuersätze. Aber auch, weil die sogenannten Billings unter den Erwartungen des Marktes lag. Wir haben dementsprechend einige reduzierte Kursziele heute Morgen an der Wall Street. Ja, Asana senkt die Aussichten. Pager Duty bei den Aussichten auch eine Reduktion. Wir haben Siena. Da waren die Zahlen ganz gut. Aber nochmal, bei den meisten Werten gibt es trotzdem Kursverluste. So, last but not least, noch ein Wort zu Nordstrom, großer Kaufhauskonzern in den USA. Die Nachkommen der Gründerfamilie, immer noch große Aktionäre von Nordstrom, bieten den Aktionären 23-Dollar-Abfindung an. Also in anderen Worten, man will Nordstrom von der Börse nehmen und privatisieren. Die Aktie ist jetzt knapp 2% im Plus bei 23,25 Dollar. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Aktionär, wer will da zustimmen? Man bietet 23 Dollar, die Aktie schloss gestern bei 22, was 65? Das ist ja kein vernünftiges Abfindungsangebot, oder? Oder es wird noch schlimmer bei Nordstrom, das kann natürlich sein. Aber vielleicht ist das erst der erste Schritt. Das Angebot wird letztendlich noch ein bisschen versüßt. Die Aktie ist jedenfalls heute auf der Gewinnerseite. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.